Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge Hofbergmann. Heute nur zusammen mit dem Florian. Servus und mein... Er bewegt mich gar nicht. Du bist rausgeflogen. Du bist runtergeflogen. Bei mir bin ich noch im Spiel. Ich kann mich sogar noch drehen. Ah, jetzt. Durch das, dass wir Internetprobleme haben, bin ich jetzt dabei, den Server privat zu hosten. Aus diesem Grund wird der Florian wahrscheinlich auch öfters drauf und runter joinen. Allerdings werde ich das tun, dann immer die Aufnahme pausieren. Somit werdet ihr davon nichts mitbekommen. Beziehungsweise nur kleine Ausschnitte. Aus dem Grund ist auch nur der Florian halt damit da, weil... ähm, der Daniel... kann so früh nicht. Und der Luki... hat aktuell Besseres zu tun. Und Wichtigeres fürs Team. Und haben wir uns dazu entschlossen, dass der Florian jetzt so früh die Aufnahme macht. Und... die anderen dann hoffentlich, dass auf der nächsten Aufnahmesession dabei sind. Ich bin ja nur für ein Freund. so, das war's natürlich komplett. so, da sind wir wieder. Der Florian ist wieder auf dem Server. Ja, wie gesagt, ich verzeihe. Ich entschuldige mich schon mal dafür, weshalb aktuell mit Homeschooling und so im Corona-Zeiten das Internet ein bisschen belastet. Dadurch sind keine Probleme. Wir sind dabei, diese zu fixen, beziehungsweise werden es in Zukunft fixen. Hoffentlich fixen. Wenn's gar nicht geht, wird das eine Single-Aufnahme dieses Mal... Oh, ich wurde geblitzt. Boiler. Ja, nicht genau. Ja, aber bevor wir jetzt weitermachen, der Florian... hat in der ersten Folge so gut gearbeitet, dass er jetzt einen neuen Bulldog schon bekommt. Das ist unglaublich. Und zwar bekommt er den mit Breitreifen... so... so... Ui! 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 Okay, es ist... sehr schwer durch den Wald zu fahren. Ui! 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 Und ein Frontlader sogar. Ich packe den jetzt erstmal kurz und schön aufgeschaut. Mach alles. Was sagst du eigentlich zum neuen Teammitglied? Ist gut, ja. Aber das weiß jetzt nur mit keiner. Und das steht ja noch nicht ganz fest. Somit bleibt das erst nicht so. Kleines Geheimnis. Weil wir haben ja natürlich Teammitglieder, die im Bereich Modding arbeiten, die nicht in dem Sinne bei Streams oder so bis jetzt gezeigt wurden. Und da wir nicht wissen, ob die dieses wollen, wenn wir über diese reden, bleibt es auch erstmal so. So. Boah, der hat auch einen schwarzen Ort. Ich hoffe jetzt, dass es so einigermaßen funktioniert. Müsste eigentlich. Daher machen wir das Ganze jetzt dazu. Auch, aber wenn irgendwas nicht passen sollte, wie gesagt, verzeiht uns dies bitte. Aktuell will das Internet einfach nicht, durch das, dass wir in einer Ausnahmesituation sind. Ich sag mal so, ich sag mal so, es gibt glaube ich Schlimmeres. Ich kann immer so einigermaßen kommen, wenn man so einiger Mann hat, wenn man so einiger Mann hat, oder ein Freund, der in einem Krankenhaus zieht. Oder einer aus dem Team Corona. Oder einer aus dem Team Corona. Da gehört man ja auch so einigermaßen. Das ist schön, wenn man so einigermaßen macht. Das ist schön, wenn man so einigermaßen macht. Wenn man so einigermaßen macht, wenn man so einigermaßen macht, wenn man so einigermaßen macht, dann kann man so einigermaßen machen. Das ist schön, wenn man so einigermaßen macht. Wenn man so einigermaßen macht, dann wird das irgendwie vollkommen. Das ist schön Warum bist du da dran? Da kann man dir so einigermaßeniern. Ich mach mir das denn schonun. Guck mir, ich bin immer vorwärts. Und das werde ich schon wieder aus. Ja, aber du hast hier echt keine Kosten gescheudent. Für einen neuen L improving ver王ort ist das ganz schön. Wir haben dann ihre오形… Diese Tage anruysisa канал wird performing. Der neuer Neuer Anstrich. kein stundenbrauch dringend ausnahmsweise da müssen wir nächsten Blüten gesparen wenigstens geht hier doppelte Menge an tank das heißt ja nicht, dass du doppelt so viel verbrauchen darfst ich verbrauche mich wirklich mehr als vorher, aber ich muss weniger zur Kenchstelle das würde ich auch hoffen ich glaube ich bin gleich wieder vom Server das war 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 das andere blöder das war das war 那еру äter m d euch unsere folgen gefallen was ihr euch wünschen wird in zukunft lösen was ist ja geplant ob das so funktioniert steht noch nicht ganz fest ja und wenn euch etwas jetzt nicht gefällt dann auch kritik ist ja auch nein kritik ist verboten der kritik gibt es raus habe ich gar nicht Spaß vernünftige kritik immer willkommen so ich machen sie macht nicht weg oder so schlecht ja so was man ich hab ein Beispiel aber ich will ich kann nicht ausgesprochen ich bin ich bin zum Beispiel wie der Hoflager ganz so vielleicht anderer Leistungsstärkerer der Traktor ist vielleicht ein bisschen zu stark für die momentane hochzeit ja dann müssen wenn er sagt der Traktor von Flughafen ist wieder zu stark dann müssen wir unterbrechen halten da kann man auch nichts machen also wenn meiner zu stark ist ne was soll man dann zu dem klar sagen die Klasse ist nicht zu stark die Klasse ist optimal ich sehe es kommen nächstes in der nächsten Folge oder wenn wir hier rauskamen danach die Folge ähm da will ich einfach mal mit Parade und mit den Anhängern eigentlich mit Parade und mit den Anhängern Luki ha ja das ist jetzt hier schon so rum sich um ein ne ja die in der rechts und weiß ich nicht aber so meine lieben Freunde im VIEB ich würde sagen, vielen Dank für die Chant der 122.95 hochstärkrankte denkt immer daran ihr seid die Ursache warum Beziehungsweise ist das der Grund, warum wir das schon 122 Beute lang machen. Nebenbei sage ich vielen Dank für das, dass ihr uns generell unterstützt auf unserem kompletten Kanal, so dass ihr auch Weichen anschaut, andere Projekte, die wir bringen, Mod-Verstellung zum Beispiel, dass ihr unsere Mods runterlädt. In diesem Sinne sage ich auch nochmal, Entschuldigung, dass es Uploaded Things sind, aber ihr müsst es nicht verstehen, so ein 3D-Modell kostet ein bisschen was und wovon wollt, will man sich das bezahlen, weil es hier für euch machen, auch finanzieren. Und das funktioniert nur, entweder wenn ihr uns Geld spendet, dazu ist jetzt ab diesem Video sogar unter der Videobeschreibung auch ein Spendenlink. Ne, nicht ab diesem Video, schon ab dem 6 Videos davor, aber es ist jetzt ein Spendenlink unter der Videobeschreibung und und wenn ihr halt nichts spendet, wozu euch ja keiner zwingen kann, müsst ihr euch weiter Ablösung runterladen, weil wir halt diese spezielle Schrifte brauchen, damit wir die 3D-Modelle kaufen können. Ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, wenn nicht, kann ich euch leider nicht weiterhelfen, aber so sieht es halt nun mal aus. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, Servus und haut rein! Flur!